Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Resident Evil 6 in Together! Hallo! Nicht alleine natürlich, wie hätten sie erwartet in Together. So, dann join mal. Wir spielen das ganze auf Höllisch. Also es gibt leicht, normal, schwer Profi und Höllisch mit Friendly Fire. Und ich kann dir nicht joinen. Warum nicht? Weiß nicht, ist fehlgeschlagen. Schick mal noch ne Einladung. Dann mach ich meine Skype, meine Skype sag ich schon, Steam-Liste mal auf. Hat jeder meine Kontakte gesehen? Oh oh oh. Ihr könnt auch, ich hab ne Steam-Gruppe schon seit ewig langer Zeit, aber die ging irgendwie runter, aber die lebt immer noch. Könnt ihr auch gerne rein. Link ist in der Beschreibung. Und dann möchte ich mal sagen, let the intro begin! Nehmen sie das erste Hilfespray zur Hand, nehmen sie Shift-Mausrad oder Shift-Mausrad. Nice! Das versuchen wir mal immer vorzulesen, so ganz schnell. Ja, ja klar. Ja. 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 Mönch. Herr Präsident. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Es ist alles meine Schuld. Ich... Ich habe das gemacht. Was bist du denn? Tollok's Cathedral. Ich werde alles erklären, Agent Kennedy. Wie weiß ich mein Name? Ja? Hunnigan. Danke, dass beide gut sind. Wie wissen Sie sich alle? Das ist Helena Harper. Sie hat mit dem Secret Service seit dem letzten Jahr gearbeitet. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie gut es ist, dass Sie beide gut sind. Ich liebe mich, aber ich brauche eine Begründung auf Ihre Situation. Ich... Ich habe gerade den Präsidenten geschaut. Er hat bereits getötet, als wir ihn gefunden haben. Leon... Leon hat das, was er hatte. Er hat meine Leben geschaut. Gott, helpt uns. Okay. Ich werde den報d. Ich werde den報d. Sie beide fokus auf der Hölle von der Hölle aus. Der Virus hat bereits drei Kilometer über den Kampus vorgelegt, und es ist nicht schlapp. Sie müssen schnell. Nicht bevor wir nachdenken, dass wir Talok's Cathedral aussehen. Agent Kennedy hat eine Leid, die uns die Verantwortung verantwortlich ist. Leon, ist das wahr? Ja. Ich denke, ich hätte etwas. Roger that. I'll map out the safest access route. Keep your radio on. I got a lead? You will if you come with me. A few of them can even be improved. Madam, I'm sorry. So what's so special about this church? You have some sins to confess? It's hard to explain. If I don't tell you what the cathedral, you may not believe me. You're gonna tell me everything once we get to the cathedral. Deal. And then we have to go back. Low motion. Why do you call your name so ugly? Skato, sometimes it says Skato at 0. And you call it the whole time. I don't know. Whatever. Yeah. Come on over the door. Click V. Oh. That you do alone. If you see one of them, aim for the head. It's your best bet. No, no. If the door only goes off, you do it alone. Otherwise, both are on. Oh, sure. If you see, if you're on the door, you have a symbol. That's like a grip with two people. Look at the party. This is where the reception was gonna be. Hmm. They'd all be here eating dinner right now, Howard. So, now. Endlich Waffe. Null Schuss. Nice. I hope so. Move in. Move in. Move in. Move in. Wie macht man das? V. I can't believe this is happening again. It's just like Raccoon. The Raccoon City incident. I can't believe this alternative. Ah, I'll never forget it. We're going to this cathedral of yours. Ah, on E. But if you really did have a hand in this. I have two people. Hmm. Was? I know. Ah, Null Schuss? Hast du auch Null Schuss? Ja. Es ist voll sinnvoll, so eine Mission zu gehen ohne Schuss. Ach, wir haben unsere Fäuste. Lassen die Fäuste sprechen. Was war das? Only one way to find out. Let's go. Oh, ich finde es so gut. Ah, scheiße. Verdammel. Achtung, Stuhl. Wow. Oh. Ach, sag mal, geh jetzt noch. Willst du mich hier behindern? Oder wie? Ich glaub, mein Schwein verhilft. Ah, ich weiß nicht. Ähm. Ich finde man so schön. Hä, die verpassen, Alter. Was? Oh. Oh. Wenn du halt in die Sonne oder so mal guckst, ist super rot. Aber Geld zum Beispiel hat... Alter. Mülltonne. Ähm. Sag mal, wie geht ein Taschenlamp an? Machen die automatisch. Was? Ach, hast du ja allein. Geh ruhig vor, ich kenn's ja schon. Ach so. Ach so. Ach so, fahr. Wui, wui, wui. Ich warte nur Döner essen. Ja, hallo. Was denn? Du bist okay? Die Fäuste. Was? Die Fäuste. Sie kam aus dem Weg. Liz! Warte, lass mich weg! Es ist zu gefährlich. Meine Däute. Sie ist allein. Wenn wir nicht etwas tun... All right. Ich verstehe. Aber wenn du nicht sie schraubst, du wirst du sie nicht schraubst. Du verstehst? Liz! Ist das deine Däute? All right. Lass sie finden. Leon, wir haben nicht Zeit, um... Wir machen die Zeit. Ahm... Kleiner Tipp. Es gibt ja mehrere Waffentypen im Spiel, ne? ... kennt man ja schon immer. Mmh. Ach. Wieso hast du jetzt Munition? Weiß ich nicht. Da stand Null und ich hab einfach mal gedrückt und auf einmal hab ich geschossen. Egal. Achso ne, die weißen Striche ist Munition, ne? Ich hab komplett alles leer. Jaja, aber da ist halt auch Grau. Ja klar, das Graue ist deine Munition. Wenn's so leuchtet oder leer ist, ist es leer. Und zwar gibt's ja, das ist ja eigentlich kein Spoiler, das war ja schon immer so ein Resident Evil. Ne Shotgun, ähm, Maschinengewehr und, hallo, und äh, Scharfschutzgewehr und sowas, wer macht dann eigentlich was? Äh, ich denk mal du als Tier, als Kerl und Macker kannst vorrennen mit ner Schrotflinte, mit nem Maschinengewehr whatsoever. Ich würd mich lieber bedeckt halten. Du kannst übrigens, wenn du das Mausrad benutzt, die Waffen wechseln. Shift Mausrad wechselst du ins Heilenfenster. Ja, lol, ich hab die zwei Fernse... äh, Zünder sprengt. Achso, der hat einfach die Dateien von meinem anderen Stand geladen. Bei mir mit Munition und allem. Das ist jetzt ein bisschen doof. Luftballon. Ich hab mich schon gewundert, warum ich, äh... Ey, geht's noch? Du hast mir fein eine reingegeben. Puff. Du wolltest friendly fire. Ja, kann ja... Muss ja nicht heißen, dass du irgendwie scheiße bauen musst. Warum läufst du mir eigentlich hinterher? Da! Luftballon! Puff! Komm her! Komm her! Puff! Sorry. Das ist einfach zu lustig. Ach, da ist der Alte.. ..erhängt dann die Stuhl. Ja, lauf! Lauf! Ich würde den so gerne in Headdy verpassen, Alter. Keine Hektik hier, ne? Wobei du das schon kennst. Mensch, lauf, ey! Spasti! Puff! Lauf mal links hoch, schon wissen was da ist. Da muss ich mich nicht hochlaufen. Mal gucken, was da ist. Ich lag was. Oh, ein Erhilfe-Spray. Ja, ich hab's. Ich auch. Ach, wir können das beide aufnehmen? Seriously? Scheint wohl so. Oh, meine Munition ist das glaube ich nicht. Können wir eigentlich auch untereinander traden irgendwie? Munition? Ja, irgendwie schauen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Seh mal danach. Doch, weil ich glaube, du machst dann eh das Inventar auf. Dann leertest du auf das Item und dann hast du die Option irgendwie glaube ich... Wegwerfen? Ja. Nein, auf keinen Fall wegwerfen. Hallo, wie könnte ich das abbrechen? Ja. Keine Ahnung. Ja, was selber. Egal. Oh. Ich hab die Wand gehauen, nicht dich. Bleibt denn der andere? Wo ist denn der? Ich glaub der ist hängen geblieben. Das ist ungünstig. Hä? Da. Immer noch. Der Penner läuft die ganze Zeit gegen den Stuhl. Jetzt kommt er. Oder? Doch. Was ist er denn jetzt? Der ist Buggy. Der ist Buggy. Warte mal. Der kommt nach vorne und portet sich hinter den Stuhl. Super. Ganz großes Kino. Wir haben das Spiel geklitscht. Direkt am Anfang, ey. Hey, du Wichser. Ich glaub wir müssen das nochmal machen. Wir sehen uns dann gleich wieder an der Stelle. Feindchen. Ja, willkommen zurück. Wir haben es geschafft. Er hängt nicht mehr. Er ist nicht mehr hängen geblieben. Ich hab das erste Hilfespray nicht mehr. Ich hab kein erste Hilfespray. Ich muss die Tür aufmachen. Richtig schön cool mit dem Messer. Also Türen auftreten kannst du übrigens erst später. Aber du verlaufen. Puff. Liz. Liz. Ich will sprinten. Hallo. Ich will oben das erste Hilfespray holen. Das hab ich nämlich nicht gewusst. Gestern, als ich das gespielt hab. Das hätten wir den Arsch retten können. Aber was sagst du? Aber was sagst du? Bitte antworten. Es ist dein Vater, Liz. Ja. Guck mal weiter. Weil noch ist er ja noch normal im Kopf. Mir scheiß egal. Ohne Gnade musst du da rangehen. Ohne Spray. Ich bin voll die kältherzige Bitche. Warum hast du eigentlich ein Messer? Und ich muss einfach nur drauf prügeln. Hast du kein Messer bei deiner Waffe? Nee, ich hab nur die Schroffünfe mit Null Muni und... Ja. Ohne Schuss. Alter. Erstmal beide auf den Zielen. Ich will eine Zeit find meine Dich. Kuck, 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 kuck. Ich kann karate. Guck mal, Tickse. Stum, Tickse. Ey, pack mir mit deinem Messer in den Kopf rein. Wir werden das nicht überleben, das sehe ich jetzt schon. Wir müssen nach links. Siehst du? Alter, das war voll gespoilert, ey. Das geht gar nicht. Wir müssen den Elevator wieder arbeiten. Alter, ich stehe davon das Lichtflimmern. Ja, geh vor, Alter. Hörst du das Klicken eigentlich, wenn ich schieße? Ja, aber ganz leise. Nee, ich mein nicht von meiner Maus, sondern von... Ja, ja, von der Waffe an sich. Sau cool, ey. Das ist cool gemacht, so kleine Details mag ich. Aber ich finde das grafisch hammergeil. Ja, ist halt nicht mehr das Neueste, aber es sieht schon ganz alt aus. Das Spiel war Anfang 2013, das weißt du schon. Ja, aber Anfang 2013 gab es auch grafisch spezielle Spiele. Aber egal, es geht ja auch hier um die Atmosphäre, um das Spielerlebnis. Die Atmosphäre finde ich eigentlich jetzt gerade ziemlich gut. Mhm. Wenn wir sie nicht versauen würden, dann wäre das alles kein Thema. Man muss mit der Hände. Also, er sucht seine Tochter, ne? Ja. Ja. Das hat man ja gehört. Ist oder so, heißt sie. Komm her. Achso. Du hast dich mit nem Messer in der Hand, ey. Wenn du irgendwo Pistolenmonie siehst, lass sie bitte liegen für mich. Warum zieht sie eigentlich automatisch? Naja, das war nur eben. Ja, ja, mein ich wegen. Bist du erschrocken? Nee, ich wollte sie nur direkt abknallen. Guck mal, wie die aussieht, ey. Guck mal, wie die aussieht, ey. Fritz! Dad. Wo sind Mom und ich? Die, die sind schon raus. Die warten für uns zu Hause. Warte noch irgendwo, was ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn du irgendwie so blaue Schlangensymbole siehst, knall die ab. Aber ich zeig dir nachher mal ab. Ich weiß, wo eins ist und zeig dir was, was ich meine. Das sind so Secrets, die du halt freischalten kannst. Zu Marken. Okay, kriegen wir dadurch Fähigkeitenpunkte, oder? Nee, das sind einfach nur Extras, die du freischalten kannst. Äh, die werden wir auch nicht alle suchen. Wir machen das einfach. Jaja, wenn wir sie sehen, dann nehmen wir sie mit und gut ist. Wir gehen jetzt bestimmt in den Aufzug rein. Das rieche ich doch schon. Oh, ich weiß. Ich hab immer noch keine Schüsse, ich muss das Messer echt benutzen. Und da kommen gleich sauviele. Hör doch mal ne... Das ist Munition auf uns zu. Ja, ich hab das gestern erst gespielt, du weißt doch wie ich bin. Du weißt doch selber wie das ist. Ja, aber das ist schlimm. Ja, hallo, früher oder später kommen Gegner. Ich hab ja nicht gesagt wann genauso kommen. Auf jeden Fall bevor du Munition findest. Das ist schon mal ein Anhalts. Ich hab doch schön rausgeredet. Ja, du weißt ja nicht, aber... Oh, wa... Achso, nee, warte. Wir haben einen Headshot, Alter. Mach du das, starker Mann. Nee, du musst auch. Oh, kriegst es nicht alleine in, du Schwächling. Ich bin glücklich, dass ihr hier seid. Ja klar, gerne. Guck dir mal diese Beine an. Ich zieh auch schon die ganze Zeit drauf. So. Also ich glaub, Melly wird jetzt vom PC sitzen und so... ...machen. Ja. Hat sie gestern auch schon. Es war so klar, der Aufzug, Alter. Wie ich's einfach mal geahnt hab. Okay, lass ziehen. Go, go. Headshot. Ich hab immer noch das Messer daheim. You're going to be okay, Lizzie. You're going to be okay. We're almost there. We're almost there. Liz? Was? Natürlich. Niko, hör mal auf den Pikmik zu essen. Ich hab keine Munition. Ich kann nix machen. Messer sie... Messer sie... Oh Gott. Ich komm nicht mit dem Messer dran. Das ist das Problem. So, hab ich's ihr gegeben. Normalerweise hätt ich hier Munition. Ich hab nix. Die... Ich kann es nicht in die Kaffee ascend. Wir sind nicht aufpassen. Wir werden da nicht aufpassen. Ob es ihnen macht oder sie uns. Und sie nicht so wagen. Warum muss das sein, dass hier passiert? Es ist nichts zu tun. Ich hab's jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf gehabt. Ich glaube ich nicht, wir sind alleine hier. Alina, schal nicht auf deine Flica. Ach, nehm deine Fade? Was ist das? Langsam schießen, ne? Immer auf den Kopf. Ja, normal. Ja, stand da so gut. Oh shit, ey, ich hab keine Muni, man. Die alle tot, ja. Wir haben ein Problem. Am besten laufen wir einfach vorbei, oder? Nein, nein, die nehmen wir mit. Ich hab keine Muni, ich kämpf nur nicht ohne Muni. Feigling! Warum die packen wir, sind ja nur 120 Millionen. Oh Gott, wo bist du denn? Die Arme hier alleine, alter. BATS! Alter, wie viele Schüsse halten die denn aus? Das ist höllisch, man. Das ist nice, alter. Das ist geil, ne? So. Scht, scht! Ja, genau, mit dem Messer ist man halbem Kopf weggefetzt, ey. Oh mein Gott. Okay, ich hab noch zwei Schuss. Ich bin einmal getroffen und hab zwei HP-Leisten verloren. Oh, liegt hier bitte mal Munition für mich. Erstmal kurz so umgucken. Warte, hier war was? Ne, durch die Tür. Na du? Uah! Du Penner, du hast mich grad schon umgedreht. Ja, wenn du da auch hinrennst, wenn ich ihn grad schlagen will. Ach, ich dachte, er ist... Blatsch! Hoppa! Was willst du denn? Kick mich weg! Alter! Komm, da wird doch wohl im Auto hoch ein bisschen Munition rum eiern. Ja! Da lag Muni! Oh! Zehn Schuss! Guck, komm mal herzumil... Liegt der auch auf dich? Ja, klasse, entsbaldung. Haben wir doch vorhin schon festgestellt. Lol. Na okay, gut, dann ist es wenigstens fair. Und ich glaub, die werden wir hier auch brauchen. Oh ja. Endlich kann ich auch mal schießen. Das wird noch öfters vorkommen mit Nachkampf und Messer. Ich find die Grafik so cool, ey. Ohne Witze. Das wird noch mal schießen. Let's go. Leon, es ist zu lange. Es gibt nichts, was wir tun können. Ich will nicht wissen, wie ekelhaft das ist, wenn man von einem Zombie so gefressen wird, beim vollen Bewusstsein. Ja, sicher kein schönes Gefühl. Nee. Muss es nicht sein. Benommene Gegner, ein erfolgreicher Eingriff gegen den Kopf eines Gegners. Ja. Leg etwas, warte. Oh, noch zwei Schuss zum Nachfahren. Hey! Rutsching! Ich mach' ein bisschen zart, weil... Warte mal auf mich. Alleine vorlaufen ist ja immer schlecht in so Sachen. Ich mach' auch nicht. Wenn das Ding in Gasform spüren, dann wird jeder, der es in die Inflation getötet. Das würde jeder auf der Kampus bedeuten. Ja. Aber dann warum ist es so kalt? Ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Nicht nur du. Nein. Übrigens, wenn du an der Tür dich langsam aufmachst, lauf zurück und zieh direkt. Dann geh da von der Tür weg. Und das wirst du noch brauchen. Ach, das hier. Nee, das ist nichts. Aber ich... Gestern schon. Lauf du mal vor. Ah, das ist ein Hörsaal, ne? Von der Uni. Sorry. Ich wollte das nicht machen. Weil Lion, äh, Lion sagt dann sorry. Ich wollte dich schon hier oft. Das war ein Volltreffer. Oh, yeah. Mastem hat er was getroppt. Finde ich auch. Ja. Der hat noch Fertigkeit getroppt. Ja. Dann haben sie das hier geändert bei... Ja, Munition, ne? Hast du eingesammelt? Hat er getroppt? Ja, hab ich schon. Okay. Dann haben sie das geändert. Weil auf der Xbox-Version ist es so, die Munition ist nur einmal da. Wie gesagt, wenn du nur Kugel drückt lässt, dann... kannst du, ähm, Dingens machen. Das ist schwer, ne? Alter, wie schnell man hier reagieren muss. Das ist nice. Das war knapp. So, jetzt lasst du mich mal vorgehen. Hier gibt's auch bald, äh, Lion ist ein Kraut. Der lebt auch. Ja, das sieht man schon. So. Oh, das ist ne Frau. Nice. Ja, hast du's gut gegeben. So, habt ihr was getroppt? Doch was, oder? Der steht auch auf der rechts, meine ich. Sag das doch nicht. Ich... Ich weiß es ja nicht mehr. Hier sieht alles tot aus. Okay, doch. Er macht's. Erstmal schön umdrehen. Wie viel Heilkraut kann man nochmal, Dingens... Ah, hier. Ähm, wenn du ein grünes hast, nicht benutzen. Aufheben. Es gibt, ähm, das sind so Heilpastellen. Ein grünes Kraut gibt halt eine Pille, zwei grüne gibt dann drei, muss halt kombinieren und drei grüne geben halt sechs. Mhm, okay. Und halt, ähm, grün-rot. Ist halt Standard dann direkt sechs wie ein Fast-Aidspray. Alles klar. Ähm, geht's dir gut? Ich glaub nicht mehr. Ach stimmt, das haben wir ja auch noch, das Fast. Das hebe mir aber auch wirklich auf, wenn wir beide in diesem Bereich sind, ne? Was? Das erste Hilfe-Spray. Ja, ja, klar. Du benutzt mein Setz noch nicht. Ja, ich bleib in meinem Park. Hast du schon? Ja? No, das wär nicht überhaupt. Platz. Okay, ach, gestern hatte ich zweimal ein Volldruck. Oah. Da liegt nämlich noch ein grünes. Bleib da weg, bleib weg. Warte mal, gehen wir bitte ein Stück die Trampe hoch. Das wusste ich nicht noch. An der bin ich nämlich gestern gestorben. und was macht was passiert wenn man einst nimmt nimmt das sollte man nicht tun soll ich habe jetzt drei grüne gehabt ja ich meine was passiert dann ist das irgendwie schnell dann hast du halt eine passt da hast du eins und bestehen neben seiner lebensanzeige ist ein grünes kreuzchen zum grünes plädchen meine lebensanzeige ist nicht mehr da also keine ahnung noch mal dein inventar auf e ist auch was jetzt drei grüne kräuter ich habe zwei geben auf das eine graut ja dann macht leertaste ja kombinieren mit ja und dann noch mal leertaste ja für das erste hilfe ding für die zwei grünen kräuter ach so aber lass mich vorgehen wartet ich weiß auch nicht woher ich das dritte jetzt hatte das hat er glaube ich irgendwie ein viel getraubt oder so ich weiß auf jeden fall dass noch ich weiß es nicht mehr da will ich eigentlich nicht rein und alles mit doch wir gehen da rein weil dahinten ist das ist geil toll jetzt haben wir die grünen kombiniert da liegen brandgranaten warte mal stand jetzt auf oder nicht ja 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 da war man ganz schön schnell also es lohnt sich echt ziemlich viel nahkampf zu machen weil ich habe jetzt schon eine 50 schuss ich habe 58 schluss und ich hieß die ganze warte ist vorher schon ich hatte ja das stimmt das stimmt da sparen wir uns erstmal dafür sind die granaten ja da hast du auch wie kann ich die auswählen weil ich weiß dass du jetzt fast gestorben wärst na ja dann danke dass du hast mir den arsch gerettet hast aber nicht hier shift maus hat benutzen dann kommst du das andere menü ach so ich dachte das wäre nur für sprays und so ein scheiß übrigens wenn du beide maustasten drückst machst du schnellschuss auf den gegner ja das habe ich schon habe ich schon das wird jetzt lustig erstmal links lang ich darf nicht hallo ich hätte kein Stück kuchen was sind wir das was gesicht decke drehen alter nehmen hier liegt nämlich munition so dunkel das einfach ist das platz kopf weg man kennt sie an resident evil so dass man immer munition findet die aufhebt beim bosskampf oder so alles weg ja aber ich weiß halt hier nicht wann der erste bosskampf kommt weil darüber wie gesagt ich hab's ja schon mal gespielt aber auch nicht auf höllisch und da kommen ja immer mehr gegner deswegen kann ich es nicht zuordnen naja auf jeden fall ist lustig pass auf die hat den hammer ne ja ich sehe es doch warte mal stopp 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 gib her warte kannst du ihn jetzt weiter benutzen nein genau aber inventar auf benutzen mit dem roten und dann in welter lagern oder zwölf mal heilen alter übrigens wenn einer von uns auf dem boden liegt immer schöne tablette benutzen wenn es geht ja das ist immer sicherer weil dann hast du wenigstens ein hp punkten kannst du da wieder umfallen ansonsten nicht okay beschaffen sie sich die schlüsselkarte außer ne kreie aufpassen alter das wäre ich ja mit drauf gesnackt lassen kopf nicht so hängen man also die ecke hätte ich nicht aus ich muss ja schon die schlechte witze reißen ja aber das geht eigentlich gar nicht mit dem spiel klar ne hey elena komm her bin doch auf dem weg soll ich dir mal ein handy verpassen oder ist aber auch so zu schreien man lauf nach vorne do it da statt munition da lag munition also warte so jetzt geh vor geh vor grünes kraut lol hast du nieren mit lol alter ich hab 18 dinger zum heilen könnte das irgendwie geben ich warte ich weiß nicht wie man hier handeln kann aber ich glaube das kannst du so gar nicht das kannst du nur ach weißt warum das doppelt ist warum wir spielen das online zusammen nicht lokal im koop das ist nämlich unterschiede okay hat dich noch vor man sag mir nicht was ich tun soll ich bin vorsichtig oh ok oh oh mach nahkampf oh fasz nehm dir oh sorry das ist so dieser adrenalin schwach er kommt rein und kommt fast nice naht ich will auf jeden fall irgendwie nahkampf mäßig skilln Oh Gott, sind das viele, Alter. Das ist auch noch Granaden, oder? Ja. Alter, hast du die Alter da gerade gesehen, die gesprungen ist? Ja, die ist ganz schön abgegangen. Warte, warte, warte. Schön. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ach, schön mit der Schrote. War das Headshot. So. Oh, hier sind ganz viele Zombies. Oh, der hat nicht nachgeladen. Oh, fuck, bin ich verreckt? Ja. Nice. Elena. Ah, hier hat Parten dran, das tut. Das ist übel, Alter. Bin schon ab, also. Wenn zwei Zombies in der Nähe sind, dann laufe ich nur noch weg. Das ist echt übel. Du kannst sie ja nicht mit Nomm machen, durch einen Headshot oder so. Das geht nicht. Das ist ja das Miese an dem Scheiß-Höhrlichkeitsgrad, ey. Oh, leck, leck. Ey, Munition, komm her. Ist aber bei dir kein grünes Graut. Doch, aber ich habe erst mal die Munition eingesammelt. Also, ich habe genug Heilung. Ich habe 18 Tabletten zum Fressen. Heil dich mal. Drück mal die 1. Dann kannst du die Finger essen. Achso, wenn du... Achso, wenn ich mich halb neben dir stehe, heilst du ein halbes mit, ne? Weil du hast mich gerade auch im halben Kasten geheilt. Oh, oh, heil mich, heil mich, ich heil mich. Los, mach doch. Dumme Schlampe. Ich kann... Alter. Der Nahkampus ist hier echt das Beste, ohne Scheiß. Ne, ich komme bei so vielen gar nicht zum Schlag, Alter. Bats. Meine Ausdauerleiste ist leer. Ah, ich muss ja Erdrucken zu machen, ja. Achtung, Brandgranate. So, das ist gut. Ich gehe mal kurz einsammeln hier ein bisschen. Ja, mache ich das auch. Schon mal snacken. So, hab alles. So, warte mal. Warte, werf schon ein Brandding. Okay. Du hast doch mal geklappt, weil die alte wollte gerade werfen. Ja. Guck mal auf dein Leben, bitte. Wie hast du denn? Wie gesagt, das wird mir nicht angezeigt. Unten rechts. Er macht das doch an. Du kannst doch das Fadenkreuz wieder da, also passt schon. Ne, weil dein Darm ist die ganze Zeit rot. Die ganze Zeit flippen, oder was? Ja. Nicht? Ich musste schießen, ey. Nice. Mach deine Scheißdings wieder an, bitte. Ne, ne, das passt schon. Ah, tatsächlich halte ich es so mit, wenn ich nebendran stehe. Ja? Ja. Äh, warte mal kurz jetzt. Ich habe jetzt, ähm, äh, Kraut. Mal kurz gucken. Grün, grün, grün. Kannst du alle drei kombinieren, dann kriegst du ein Sechser-Dinger aus. Okay. Leute. Komm mal her. Rutsch mal an der Stelle hier, wo ich, hier, ne, von aller Seite. Ich, ich will ja. Geh rüber. Warst nix mehr da. Ah. Ist auch noch Munition. Und hier, so ein Symbol. Guck. Okay. Wenn du so ein Symbol siehst. Danke. Ich halte zu Extras frei, ey. Ey, 119 Schuss, ey. Krass, komm. Äh, bei mir macht er da nichts, ne? So. Nein. Bist du sicher? Alter, direkt mal zweieinhalb Dinge abgezogen. Oh Gott, die alte, die lebt. Ey, warum kickst du mich, Mann? Weil ich die im Nahkampf direkt umdrehe und dann hinlaufen und den Kopf zerdrehe. Warum werden mir meine scheiß Pillen nicht angezeigt, wie viele ich habe? Weil du die ganze Hilfanzeige weggemacht hast. So, die sind auch unten. Schalt es doch einfach an. Ja, in der nächsten Session. Kannst du es doch jetzt schnell machen. Ne, ne. Ne, 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 ne. Lass, 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 hier ist noch ein Feuerlöscher Ich schieße drauf Ja, mach mal Lass mal, geh mal da weg Oh, gut, dass du es gesagt hast Alter So, wie es sich gehört Ja, nice Und jetzt Wirst du jetzt alles killen oder einfach laufen? Na schön, alles mitnehmen Ich habe gestern die Option laufen gemeldet Weil ich hier keine Munition mehr hatte Weil der Bot, der schießt hier ein bisschen kacke Da hat mir vorhin Hammer an die Beine geworfen Kommst du her, bitte? Ja, wenn ihr keine Zombies wären Ja, ich bin einfach dran vorbeigelaufen Ja, das ist doch Bullshit, Alter Ich prügel mich hier mit dem Zombie So, alles klar So, gehen wir mal weiter Weil ich habe hier nämlich rein gefeiert Hallo, ich bin... Hey Ich will da nicht durchlaufen Muss man das? Muss man wirklich Okay Ich wollte gerade sagen, kommt bestimmt Alarm Weil wir die Waffen und sowas haben Und sowas haben Ich habe sogar zwei Ich habe sogar zwei Ich dachte, ich habe eben einen Hallo Oh, die Blumenmaße Hier bin ich gelangt Hier hatte ich die Situation Rotes Leben, null Munition Ja, sie sagt dann sogar Keep running Das tun wir auch Oh Gott Oh Gott Lauf rechts lang Lauf einfach, lauf einfach, lauf Wird ich ja auch Aber sie ist automatisch gesprungen Wegen der Letters Wow Okay Das ist jetzt echt so uncool Lauf einfach durch Ja, bin noch dabei Ich denke, wir haben uns gerade herausgefunden Ja 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 Was ist denn der Letters? Wann der nochmal? Wann der nochmal? Wann der? Da! Ja Ja Oh, das ist ein scheiß Event Das ist eh nicht safe Ich doch Wir haben es aus dem Kampus Jetzt müssen wir einfach durch die Stadt Without getting killed Schön legt, du Ach, du fährst mal wieder wie eine Sau Ja, sorry Ja, sag ich da Es ist immer wieder so Wenn irgendwie Frauen einen Unfall haben Stoß, Steine kaputt Aber wenn wir Kerle einen Unfall haben Die Explodität ist schon die ganze Karre Ja, ist auch so Ähm, können wir mal kurz den Cut machen? Ich muss mal kurz Äh, AFK Ja Alles klar, bis gleich Und willkommen zurück Hallo Helene Helene Gott, Alter, jetzt ob er mich schlagen will, so klingt der Helene 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 Hm, jetzt ist es noch besser Laufzeit in Twilight Ja, jetzt ist es um Das ist noch besser, wenn ich mich überraschst Und dann wird es einen Racken Dann will ich den Kappen Laufzeit Dann wird es einen Racken Ich muss mich überraschern Ich muss mich überraschern Was ist denn, was ist das? der Racken-City-Incident. Aber, Herr, viele Menschen questionen meinen Willen für die Wahrheit. Ich weiß, wo sie kommen. Und es könnte mehr Probleme als es lösen. Eine Lehre, die ich gut gelernt habe, im Militär. Bio-Organik-Wäppen sind eine globale Gefahr. Und wir sind Teil des Blase. Wir müssen, Herr, und wir arbeiten mit dem restlichen Welt, wenn wir eine Chance haben, zu kämpfen. Whatever du entscheidest, Herr, ich bin mit dir. Ich habe immer valued deine Freundschaft, Leon. Es ist Zeit, dass wir die Verantwortung und diese Beste. es wird eine schwierige Straße sein. Let's get moving. We don't have much time. So, die Stelle müsstest du doch kennen, ne? Ja, wir fahren mal. So, willst du jetzt noch weiter machen? Ja, wir haben ja noch eine Dreiviertelstunde. Es ist noch richtig Zeit. Ja, aber ich bin noch gleich am Futtern, deswegen 20 Minuten circa, pipapo. Hä? 20 Minuten circa, ich bin noch gleich am Futtern. Jo. Jetzt kann man auch mit Doppel-R-Taste halt aufschlagen. Ich bin da nur runtergegangen, ey. Nice. Guck, wie schnell der läuft. Wie wird es so da zielen? Bob, hingefallen. Noop. Ich sehe ihn nicht mal. Es ist so ultra dunkel, alter. Doch, ich sehe ihn. Reiser. Der stinkt nach Magie, habe ich das Gefühl. Der ist tot. Ich habe einen echten Headshot verpasst im Dunkeln, ey. Wie geil. Warte, 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 warte. Was macht sie denn? Nice. Was war das mit dem Geräusch? Da hinten ist eine Taschenlampe an. Ja, ich sehe es. Was soll man gehen? Ah, ah, bah, bah, bah. Du Schildling. Hier gibt es nichts. Oh, hast du gesehen, wie der mich angesprungen hat? Die Tren kommen! Helena! Ah, ich bin erst, weil ich gezielt habe, bin ich erst weggesprungen. Du musst an der Wand stehen. Ich weiß, dann hat er nämlich die Aktion nicht mehr gemacht, weil ich dann weggesprungen bin. Ich habe extra nichts gesagt, sonst hätte ich nicht weggesprungen. Ich bin so ein Fail. Das ist Ash Ketchum. Guck mal, die Kappe an. Oh. Der hat mir doch gerade das komplette Leben weggefressen, ne? Mach dich jetzt weg! Mann! Okay, ich heil dich. Okay, und jetzt? Toll. Leon! Ja, das musst du ja dann sagen. Leon! Du musst es glücklich sagen. Nein, die hat doch so eine Stimme. Komm, okay, jetzt reiß ich mich zusammen. Diesmal passe ich auf dich auf, du Penner. Blatsch. Pisser. Komm, man darf sogar rein. Könnte man nochmal... Ne, ich glaube nicht. Okay, okay, okay. Er macht es nicht, ich schwöre es dir. Du musst Leertaste... Leertaste und R! Ja! ...gedrückt halten. Mach ich doch auch. An der Wand. Ja. Ich schwöre es dir, das spielst du Buggy ohne Witz. Das stinkt so nach Maggi. Riecht sich nach Maggi. Nein. Irgendwie, wie konnte man sich da mal hinbewerfen? Oh, wenig. Äh, im Rennen, äh, Zielen drücken. Puh. Bin schon da. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja. Der Mist kehrt richtig viel aus. Platz. Boah, nice. Komm mal her zu mir. Wer meint, was geht denn auf der Seite? Weiß ich nicht. Mach es auf der. Weil hier funktioniert es. Alles klar. Warum kommt das eigentlich für ein Zug, Bläu? Jetzt. Wehrtaste und Air. Tatsache, hier lehnt sie sich an. Drüben macht sie es nicht. Krass. So, jetzt die Kisten auf Tod. Na klar. Schön weggesplattert. Ähm, warte. Also, du kannst schon mitkommen, aber da vorne nicht schießen, was ich eben gesagt habe. Mhm. Nicht da hinlaufen. Bleib da weg. Alles klar. Ganz in der, oder was ist das? Oh Gott. Äh. Boah, zi. Das wie? Lebt er noch? Nee, ne? Das wär's, ja. Da kommen aber noch zwei. Alles klar. Ich hab auch, nee, ich hab keine Brandbelein. Was? Da sind sie. Schieß mal den, einen, gut, den einkennen wir dann einfach. Nice. Wie viele hast du nur noch von dem Staff? Null. Noch, der lebt noch. Ich drück immer die falsche Taste, ey. Äh, ist weg, ist nicht. Hier liegt noch was. Ah, Fernzünder. Warte. So, weiter hab ich nicht gespielt. Alles klar. Ich geh lieber weg, bevor du mich wieder umnietest, ey. Wobei, nee, vorn durch die Tür bin ich noch gegangen. Nein, nicht. Das mit dem Zug hatte ich hinter mir. Wer da schon Kontrollpunkte steht, ne? Hm. Ja, da recht. Ach, dem Zug. Ja. Bleib jetzt auch auf der Seite hier. Blatsch. Also hier kann man richtig schön Munition sparen. Boosh. Bisschen abgemagert, ne? Da hinten. Ja, auch ein bisschen. Ey, sag mal, wie oft musst du das so oft auf den Kopf schießen? Scheint wohl. Fernsehner-Sprengsatz, sehr gut. Ah, nice. Ich, ähm. Da kommt einer. Ja, ich musste gerade mal noch auf ne Axt schießen, die auf mich zugeflogen. Ja, ich wollte dich nur noch aufmerksam machen. Du musst ja nachladen, halte ich nix mehr aus. Sag kurz da. Warte mal. Gebe her. Nix für dich. Hi. Richtig. Genau, das Wasser steht unter Strom. Wir laufen einfach mal rein. Ease. Ja, gut, alles klar. Alena. Alena. Move in. Move in. Okay. Move in. Great. How's that for timing? I find that too. I'm blind here. Handgranate. Äh, hinter uns sind noch ein paar Zombies. Ja, lass die einfach. Oh yeah, geht das jetzt weiter? Ach, guck mal da. Da ist das Schlangenemblem. Mhm, ich hab's gesehen. Ah, die Zombies kommen. Ja, schön. Ah yeah, ich werde in Weinen gesprungen. Ja, hier hab ich aufgehört. Hier weiß ich jetzt selber nicht mehr, was kommt. Da hinten ist Licht an. Oh ja, sieht nice aus. Not my lucky day. Ach, du Schad, das ist das Gegend. Granate, flieg und sieg! Nein, die fliegt mir nicht so gut. Boah. Boah. Hä, wo kam der jetzt her? An der anderen Seite. Ey, ich hab den gar nicht gesehen. Sehen! Hast du den gesehen? Ja. Ja, diesmal hab ich's sogar gesehen. Musstest du da auch Leertaste Ehr drücken? Nee, musste ich nicht. Achso, da musst du nur die Seite her wechseln, da. Mhm. Warte mal kurz, lass die Zombies von hinten mitnehmen, die haben uns gerade von hinten grad schon überrascht. Aber jetzt bin ich da, also. Kann das nicht messern? Nee. Kam der jetzt da, oder was? Der kam, äh, hier auf den linken, linken Gleisen. Das ist erstmal hier rechts, würde ich sagen. Not my lucky day. Look out! Green! Go! okay sich jetzt rollen alter ich renne jetzt einfach durch boah das kann ja nicht wahr sein wo kommt der zug her so lauf alles klar auf geht's da 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 sind stimmung jetzt noch geil wäre wenn die stamina anzeige unten leer geht im sprint ist das wäre Hammer mein lucky day ok 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 alles klar kommt der von gerade aus ne doch verhielt er uns oh mein Gott ja vor anderen Dings ich hab eben gerade nur das Licht gesehen und dachte das wäre nicht geschehen geht's hier rüber nice na der schluss noch da vorne was ist mhm 100 pro ne ist gar nix hätte sein können außer dass die Gegner sind bei uns oh fuck ok ich hoffe ach so wir müssen jetzt in den Zug rein alter oh Gott lauf doch nicht runter springen du dumme Schlampe oh Gott vor mir sind 20 zombies locker komm her ja er hat mich alter Schwede es ist sauer hart ne das ist richtig alter aber es macht richtig schlau ne jetzt hab ich's jetzt hab ich's Menü aufgemacht alter alter ich wurde rausgeschmissen wieso rausgeschmissen auf dem Desktop wieso bist du jetzt tot ich hab dich doch geheilt ich bin immer noch auf dem Desktop ich komm nicht mehr rein soll ich jetzt verarschen ah jetzt ladevorgang was ist jetzt passiert ich bin gestorben ich bin gestorben ok dann müssen wir ja so oder so wie es aussieht sag mal Pistol Muni es kommt aber hoffentlich kein Zug mehr hier oh Leute der läuft durch die Brandkranne aua dummes Arschloch da hinten ey ich geh mir erstmal in Brescheisen in Brescheisen am Kopf wats wats du tot jo nice looten gehen alter boah es ist sau hell scheiße kann man nicht kaputt machen ja das macht doch das ganze schon bisschen einfach aber irgendwie will ich links laufen der Zug ist doch schon durch ja aber da kommt doch gleich unten einer raus 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 da 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 lol mach du mal ich springer das mit grad ja okay ist daun wir werden nicht das öffnet ich will einen Blick auf ihn da 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 muss ich nicht dazu unten wahrscheinlich ne hier ja ja es geht dann erklärt mal bitte wie es da drin aussieht ne schön beschreiben Leute die das ist von Resident Evil 5 geholt wie die hochgesprungen hey ich bin drin geil da ist schon mal ein dreckiger Wichser zombie ja ich mach ihn kurz platt äh die sitzt da so brav ich glaub dass die noch lebt guck mal ob du hier die Tür aufkriegst bei mir in der Nähe ja warte kurz wo bist du hier kriegst du die auf ja das geht auf ist klar komm rein Leon wenn du doppel der Taste machst dann schlägt sie die Tür auf oh hallo ich hab schon probiert ne die ist tot der Typ auch zumindest kann ich eben oh what the fuck was das ey ha 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 da bin ich grad erschrocken ey ich bin grad voll zusammen gezockt oh leck ok ok der Typ da der sieht nicht gesund aus hallo gehts ihnen gut gehts ihnen gut äh ich glaub dem gehts nicht mehr gut ohne scheiß Ingo spring doch gleich irgendwo was an der da das sieht nicht so aus also er reagiert zumindest nicht auf meine alleine ja ja bin schon da ey das ist richtig übel ne ja spannend wir wissen was passiert ok 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 alter ich weiß nicht erstmal rein was na du er ist grad vor mir aufgestanden oh matsch alter warum kann meine Tussi nicht so geile moves weil sie macht zwar coole ist auch geile sachen aber ja Elena oh gott ja 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 hier oh hinter mir hinter uns ich seh nichts du hast grad auch so einen coolen move gemacht nice ok ich fress mal so ne Pille ja komm hat mich auch geheilt hat mich auch geheilt ok jetzt zu weit ok hier liegt nichts mehr gehts noch links lang ne ne BATS voll auf den Schienen ey warum habe ich das Gefühl dass der Zug jetzt wieder losfährt ja irgendwie schon ne das habe ich im Urin da steht eigentlich nicht zu mir ja ok das wäre ein bisschen sense hm ernsthaft ah je die ganzen Penner hier hast du nicht mal 2 Cent oh mein Wecker klingelt ok 5 Minuten machen wir noch ha 5 Minuten machen wir noch hast du den nächsten Kontrollpunkt achja man kann ja nicht warum gibt es jetzt so viele äh Zündersprengsätze ja die werden wir sicher brauchen will ich den Schalter drücken komm gehts durch oh Gott ich gehe schon mal in Deckung oder so hey hey I need you to open this door hurry nein please Helena you'll never get to the cathedral at this rate oh Gott Peter Peter hang on I'm coming ok das war eigentlich ziemlich doof wow die spucken alter ja nein ich ging ja ne war gut ich glaube wir werden die Kanaten so lieben ey ja die sind auch sehr 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 nützlich ey gerade aber bei so vielen Gegnern eigentlich weil bei Bossen benutzt du eigentlich nie die Granaten weil die springen da relativ wenig ja klar das ist ja vor allem diese Brandgranate die ist eh voll Flächendamage ich weiß nicht ob es hier auch normale Granaten gibt ja gibt es auch ja ja klar gibt es die hallo ja sein naja mach mal nicht dein Heizlemmen so voll gut muss ich gerade sagen ne aber so naja immerhin ein paar Sachen zu ernten oh es ist mal hell endlich ey ich habe da echt nichts gesehen ey mach mal den Feuerlöscher bei BATS ich finde den Move so cool was mit dem Feuerlöscher er hat ihn in der Hand gehalten das ne ich was so wow 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 bitch please is dich ok ich will die Punkte haben wow wow die springt mich an oh god so schnell kann man nicht drücken alter ohne Ritz ja gut das ist halt hier erschwert ja aber wenn man einmal zu langsam ist dann war es das schon so wieviel AP hast du noch ein Balkan sag mal wenn es voll ist warte und ist voll wie viele Pillen hast du noch äh ich habe keine ich habe die ja vorhin fälschlicherweise geschluckt ist voll ja danke 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 jetzt bin ich auch voll geheilt das müssen wir echt so machen permanent das ganze Spiel ja das ist echt besser viel sparsamer weil wir haben jetzt sau ewig keine Heilung mehr gefunden ne mhm stimmt ich hatte mal 18 Pillen jetzt habe ich nur 6 ich war auch am Anfang so verschwenderisch ich habe die ganze Zeit weil ich ja nicht wusste wegen dem Hilfesystem schade ja das ist mir auch beim Zufall erst aufgefallen deswegen mhm äh äh nicht drauf schießen alter ja der explodiert sonst nur mit Sicherheit ja alles klar schmeckt's ja ich glaube nicht schade muss die Frau wieder alles machen aber eigentlich hatten wir hier grad einen Kontrollpunkt ja glaub schon was ist das da oben denn ja hier machen wir einen Cut gut dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder bis dahin was ähm naub ich mal kurz runter und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder wenn wir noch mal das kleine Stück da machen tschuss out tschuss tschuss